Was ich erreichen möchte heute ist, dass Sie sagen, wenn jemand sagt, du musst das, dann sagen Sie, warum? Warum soll ich das machen? Jemand sagt, das ist die Diagnose und Sie sagen, vielen Dank und dann suchen Sie noch drei andere auf. Und in dem Moment, wo Sie anfangen nur zu fragen, warum, wer gibt Ihnen die Autorität? Dann werden Sie feststellen, dass die Schulmedizin nichts weiter als eine Religion ist. Die Schulmedizin basiert nur auf Glauben, deswegen ist es eine Religion, keine Wissenschaft. Ich kann Ihnen das auch beweisen. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, der Arzt sagt, Sie haben Diagnose und Krankheit. Sie sagen, okay Doktor, wie habe ich das bekommen, warum habe ich das bekommen, wie wollen Sie das behandeln, wie lange dauert das, bis es weg ist, wann bin ich geheilt? Ich weiß nicht. Irgendwelche Ideen, ich glaube, wenn man das und das macht, könnten Sie eine Woche länger leben. Ein Arzt wird immer sagen, ich glaube, weil es gibt, wie die uns reintricksen zu glauben, dass die Schulmedizin eine Wissenschaft ist, ist ganz simpel. Die nehmen Wissenschaft wie Bluttests und Blutwerte. Wissenschaft. So, und jetzt erzählen die euch aber, ihr habt zu hohes Cholesterin und ihr müsst auf Staten Drugs, also ihr müsst diese Cholesterin mindern, dann Medikamente nehmen. So, hier ist was passiert. Das Gehirn ist Cholesterin, 99 Prozent Cholesterin. Das Erste, was schrumpft mit diesen Drogen, ist das Gehirn. Und dadurch ist natürlich, sind sie viel anfälliger, wenn ihnen jemand der Obrigkeit sagt, das hast du zu tun, weil das Eier hat ja schon da drin, ist halt nicht mehr. Es führt zur Verhärtung der Leber. Und Cholesterin ist das Beste, was man haben kann, weil 87 Prozent aller neuen Zellen sind von Cholesterin gebaut. Ein bis sieben Milliarden Leberzellen erneuern sich pro Sekunde. Als ich das wusste, wusste ich, wie ich meine Mutter heilen kann, weil man alle sechs Wochen eine neue Leber hat. Aber hier ist der Punkt, wenn über 80 Prozent der neuen Zelle aus Cholesterin gebildet wird und ich habe keins oder Schlechtes, woraus wird es dann gebildet? Aus brüchigem Material. Wollen Sie Ihr Haus bauen aus brüchigem Material? Keiner will das. Sie würden doch auch nicht Ihr Fundament von Ihrem Haus bauen mit Konkret oder Beton, wo Sie wissen, wenn Sie da einmal drauf niesen, bricht das alles in den Keller. Und Sie wollen das auch nicht mit Ihrem Körper machen. Es gibt keine Sache wie zu hohes Cholesterin. Ich habe Patienten mit 600 Cholesterin, die kerngesund sind. Das gibt es nicht. Wisst ihr, warum die euch die Lügen einhämmern? Wenn ihr zu übersäuert seid, dann nehmt diese Säure, schneidet von der Innenseite in die Arterien, in die Blutbahnen und ihr fangt an, zu Tode zu bluten, intern. Jetzt kommt Cholesterin und stopft das zu, damit ihr nicht zu Tode blutet. Und je mehr Übersäuerung ihr habt und Toxemia, umso mehr Blut. So, und jetzt kommt aber das Cholesterin da immerhin, um euch das Leben zu retten. Und jetzt messen die die Dichte und natürlich ist die Blutbahn viel dichter, aber nicht, weil das Cholesterin schlecht ist. LDL und HDL sind nicht mal Cholesterin. Das sind Transportproteine. Das eine transportiert das verbrauchte Cholesterin raus, das ist schlechter. Und das andere transportiert das gute Cholesterin rein. Es gibt kein Gutes und Schlechtes. Es gibt Verbrauchtes und Neues, das reinkommt. Alles, was sie euch erzählen, ist eine Lüge. So, jetzt benutzen die Apparate, dicke Dinger, die sie euch auf den Kopf hauen, dann sehen sie euer Gehirn. Uh, Wissenschaft. Sie haben Gehirntumor. Was machen wir jetzt? Weiß nicht. Hm, interessant. Wir nutzen also Wissenschaft, um festzustellen, dass wir was haben, für das sie keine Lösung haben. Ich habe immer noch gehört, vor acht, neun Jahren, dass Ärzte gesagt haben, Ernährung hat nichts mit Gesundheit zu tun. Wow. Ich denke, die essen jeden Tag bei McDonald's dreimal am Tag. Wisst ihr, dass ihr jemandem zuhört, der statistisch gesehen, der Arzt, der Mediziner, hat die kürzeste Lebenserwartung von 56 Jahren. Die höchste Alkohol- und Drogenmissbrauchsrate, die höchste Selbstmordrate, nur Psychiater haben eine höhere Selbstmordrate. Das ist einfach nur die Wahrheit. Und da geht ihr hin, um zu lernen, wie ihr gesund und glücklich und ein langes Leben haben wollt? Darüber müssen wir mal in Ruhe nachdenken. Dankeschön. Wir hatten noch eine Parallelstudie laufen, die habe ich jetzt völlig vergessen, an der Universität Gießen beim Professor Schliebhage. Er war Chefarzt und der eigentliche Erfinder der Hyperthermie als medizinisches Verfahren. Schliebhage und Esau waren die Erfinder. Schliebhage lebte noch und war noch Chefarzt und hat sich einfach mal bereit erklärt, ein A- und B-Vergleich zwischen seiner Generation, dem Hyperthermie-Gerät, und dem Mega-Wave herzustellen. Das heißt, diese Studie lag dann vor, das Ergebnis lag vor, und ich habe ihn interviewt. Und in diesem Interview, ich habe es auch immer noch da, nun lebt Herr Schliebhage nicht mehr, geht aus diesem Interview hervor, dass er sagt, wissen Sie, Sie werden damit keine Chance haben. So gut das Ergebnis auch ausgefallen ist, Sie haben keine Chance damit. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, was mir passiert ist, was uns hier passiert ist. Wir haben hier am Universitätsklinikum über das Thema Cholesterin geforscht und haben zunächst mal geglaubt, so wie es uns eigentlich auch angeboten oder verkauft wurde. Ich zitiere in der Original. Wir haben aber herausgekriegt, dass das eine Cholesterin-Lüge ist, so wie sie dargestellt wird. Und wir haben nämlich genau auch belegen können, eindeutig belegen können, dass das also so nicht ist, wie es uns verkauft wird, eben tatsächlich als entweder versehen, und das konnte es nicht sein, sagt er, sondern eben als Lüge. Und dann sollte genau dieses Ergebnis vorgetragen werden auf einen Kongress. Und er hat seinen Assistenzärzt und seinen Oberarzt hingeschickt. Und auf dem Weg dorthin sind alle ums Leben gekommen. Das hört man diesen Menschen sagen. Ich habe dieses Interview noch. Und ich würde es dir gerne zur Verfügung stellen, wie er das sagt, mit zitteriger Stimme. Im Kontext dessen, wie er auch sagte, Sie werden keine Chance damit haben. Das ist mir da wieder eingefallen. Und ich möchte nicht zu sehr in meine persönlichen Details gehen, wie sich das noch weiter fortgesetzt hat. Von Telefon-Terror ist eine Geschichte, die habe ich nur kurz angedeutet. Es ist doch eine Sache, die nicht sehr angenehm ist. Und ich bin einfach davon überzeugt auch, um eigentlich zum Anfang dieses Gesprächs zurückzukehren, dass sich so eine Transformation der Menschen, so ein Zustand des Erwachens tatsächlich darstellt, auch hier im Sinne des Betroffenen, die der Brüers, der Wissenschaftler, sich dann einfach mal die Sache auch aufklärt. Aufklärt im Sinne nicht der Beweisführung, Brüers ist das, was er ist oder was er vorgibt, sondern dass die Menschen erkennen, was sie bisher angerichtet haben. Mit diesen doch relativ einseitigen, zumindest Therapiemethoden und das, was man hier als Heilung darstellt, in der allgemeinen Medizin, wie sie so praktiziert wird, im Allgemeinen, zunehmend mehr Sonderfälle gibt es, ist weiß Gott nicht das, was Medizin eigentlich von der herren, hypokratischen Art verdient.